Herzlich willkommen beim Architektur-Magazin auf Rhein-Main-TV. Die Architekten und beratenden Ingenieure vom Architekturbüro Filiamos und Partner aus Bad Homburg sanierten unter anderem ein Oberstufengebäude der Humboldtschule Bad Homburg mit zusätzlichen Funktionen wie flächendeckender gesteuerte Lüftung und einer Photovoltaik-Fassade. Auch das Herzstück des Bad Homburger Kurparks soll von Filiamos und Partnerarchitekten umgestaltet bzw. rekonstruiert werden. Wir werden die historische Orangerie nach der Umbauplanung von Louis Jacobius im Jahr 1908 restaurieren. Darüber hinaus werden wir die Lindenallee, die vor 40 Jahren durch die Anbauten des Kurzentrums zerstört wurde, wieder als wichtige Achse im Kurpark öffnen und revitalisieren. Unser Unternehmen PIC Textiles Wohnen GmbH aus Raunen mit mehr als 25 Mitarbeitern konzentriert sich vornehmlich auf die Bodenbelagsobjektschiene und das zu 95% gewerblich. Der Schwerpunkt liegt in der Neuverlegung und Renovierung von Parkett, elastischer und textiler Bodenbeläge sowie die gesamte Raumausstattung. Wir beraten Sie gerne für ein individuelles, harmonisches Gesamtbild. PIC Textiles Wohnen – Ihr leistungsfähiger Partner. Bei dem Gebäude, die Stephansplatz 1, handelt es sich um ein historisches Gebäude. Erbaut wurde das Gebäude von der Familie Musikverlag Schott, Braunsche Stiftung. Der Baumeister war der große Meister Kreisig. Das Gebäude war nach dem Krieg zerstört und es gab keine Pläne mehr. Wir haben dann ein altes Foto gefunden, wo wir so ein bisschen erkennen konnten, wie das denn einmal ausgesehen hat. Daraufhin haben wir die Türme nachgebildet und da haben wir halt massive Decken und Wände eingebaut und haben von daher aber eine solide Bauweise und an einem Tag wurden alle Wohnungen vermietet. Beratung, Planung, Service und Kundendienst. Das kompetente Team von Elektro Bernhard aus Wiesbaden ist Ihr Fachbetrieb für Gebäudetechnik. Das Unternehmen plant und installiert innovative technische Lösungen für Privat-, Gewerbe- und Industriebetriebe. Die Leistungsschwerpunkte beinhalten unter anderem Datennetzwerktechnik, Brandmelde- und Sicherheitstechnik, die Hausleiter-Technik sowie die übliche Elektroinstallation. Elektro Bernhard. Das städtebaulich markante Ensemble Danziger Straße 64 wurde von den Architekten, Schreiber und Partner aus Wiesbaden für eine Frankfurter Projektentwicklungsgesellschaft entwickelt und in nur einjähriger Bauzeit fertiggestellt. Das Ensemble besteht aus einem viergeschossigen Geschäftshaus mit Tiefgarage und einem sich zum Kurpark hin orientierenden exklusiven Wohnhaus. Schreiber und Partner hat es an dieser Stelle geschickt verstanden, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit der Gebäude miteinander in Einklang zu bringen. Als Metallbau- und Schweißfachbetrieb liegen die Schwerpunkte bei der Metallbau-Rank GmbH aus Wiesbaden-Wierstadt im Bereich Edelstahlverarbeitung, Treppen- und Geländerbau sowie Antriebstechnik. Der innovativ geführte Meisterbetrieb, der sich durch klare, kompetente Fachberatung und saubere Arbeitsleistung auszeichnet, bietet Ihnen neben Geländer, Toren und Treppen auch individuelle Sonderanfertigungen. Metallbau-Rank aus Wiesbaden-Wierstadt. Das Bauen im Bestand hat Zukunft. Die junge Nachfolgegeneration möchte offener und weiter wohnen. Das junge Architekturbüro Planstein mit Sitz in Mainz steht für mutige Konzepte und verwirklichen unter anderem Ideen für Denkmalschutz, Holzrahmen oder Sonderbau. Die Bauherren wünschten sich einen Platz, der großzügig gestaltet ein Familienleben aufnimmt. Aus der sehr beengten Lage im gewachsenen alten Ortsteil entstand die Idee, die Garage aufzustocken und über einen Brückenraum mit dem Bestand zu verbinden. Die Familie ist erfreut über das neue offene Wohnen. Die Unkelbach GmbH & Co. KG aus Beselich bietet Ihnen als zertifizierter Fachbetrieb für Einblasdämmsysteme professionelle und effektive Lösungen. Das Unternehmen baut vor allem Einblasdämmstoffe wie Zellulose und Holzfaser ein. Einblasdämmstoffe haben durch ihre hohe Rohdichte und einen fugenfreien Einbau eine 25% höhere energetische Effizienz als Plattendämmstoffe. Unkelbach Einblasdämmsysteme – perfekte Dämmung für modernes Wohnen. Die Ried GmbH aus Wiesbaden existiert bereits seit 1895. Die Leistungen umfassen den gesamten Bereich der Haustechnik sowie Versorgungstechniken und Leitungen für Industrie und Gewerbe. Und das alles aus einer Hand. Von Lüftungs- und Klimaanlagen über sanitäre Einrichtungen bis hin zu Heizungsanlagen, besonders erneuerbare Energien wie Pelletkesselanlagen. Ried GmbH – Heizung, Sanitär, Lüftung und Klima. Das war das Architekturmagazin auf Rhein-Main-TV. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.